Endlich ist es soweit. Chrissy hatte mich für fünf Tage verlassen. Sie war nämlich in Mexiko. Gestern habe ich sie vom Hamburger Hauptbahnhof abgeholt und jetzt wartet eine riesige Überraschung auf sie. Ich habe spontan einen Urlaub gebucht. Mal schauen, wie Chrissy das findet. Augen auf. Was ist das? Ihre Reise da? Ich habe uns einen Urlaub gebucht. Aber nicht nur wir beide. Zwei weitere Personen kommen auch noch mit. Geil. Was denkt ihr, wer mitkommt? Schreibt es in die Kommentare.